Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Cone Battle Pass bzw. zu den Herausforderungen. Ja, heute habe ich wieder eine kleine, aber für mich persönlich größere Herausforderung und zwar Spinnfäden sammeln. Ich habe lange gesucht, um wirklich auf der Insel Spinnfäden zu finden, aber ich möchte euch das nicht vorenthalten. Und zwar hier im Quadranten, was sind wir denn? F wie Friedrich 9. Da gibt es das Reich der Dämonenspinnen und zwar ist das da hinten dieser Dungeon und da seht ihr überall diese großen Spinnennetze und natürlich auch viele Spinnen, die jetzt hier rumlaufen und hier hinten ist auch noch, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein Boss ist, wenn ihr hier hin wollt. Ne, es ist kein Boss, es ist nur einer von diesen normalen Dämonenspinnen, sage ich jetzt mal. Und hier seht ihr überall diese Spinnfäden, die hier den Boden erreichen. Und da, wo die den Boden erreichen, da gibt es diese Klumpen hier, die so ein bisschen an Eisen oder so erinnern. Die könnt ihr einfach mit E einsammeln und jeder Klumpen im Endeffekt ist dann ein, ja einmal Spinnfäden, wenn ihr so wollt. Und dann lauft ihr einmal hier rum und dann könnt ihr ganz schnell diese Quest auch beenden bzw. diese Herausforderung vom Battle Pass. Ja, ich hoffe euch hat das kleine Video geholfen und wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch doch auch gerne noch die anderen Kohnen Battle Pass Videos an. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.